Hallo, grüßt euch, guten Morgen. Ja, Antonini hat sich Gianni Suave Ketten gewünscht. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sorry, falls das falsch ist. Antonini hat mir noch einen Haufen anderer Sachen irgendwie gesagt oder auf was er steht. Und leider kann ich natürlich nicht alles machen. Also ich habe jetzt gerade wieder viele Wünsche und das ist auch toll so, dass ihr dabei seid. Ich versuche, ich kann aber nicht jedem gerecht werden. So ist es einfach. Es tut mir leid. Und ja, starten wir mal. Niemals auf die 1, 2 steht es, wie du willst. Sorry. Niemals auf die 1, 2 steht es, wie du willst. Esst zu Beck mit Eis aus Maul, ich meine keine Grills. Mein ganzer Skull ist voll mit Chains, ich reiß durch Gelds wie Bill. Ketten an meinem Hals so fest, weiß nicht, ob ich die will. Ketten, also es geht auf jeden Fall um Ketten irgendwie. Habe ich auch Ketten? Ich habe hier überhaupt keine Kette. Das muss, so viel Zeit muss sein. Ihr kennt mich, oder? Ja, jawohl. So, Ketten. Ja. Ich muss mich ja da reinbringen und fühlen, was er da mit den Ketten am Start hat. Und von daher, ja, das gehört dazu. Ketten an meinem Hals, glänzen, 808s, danzen, Ketten wie Fesseln an Händen. Ist aber geil. Oh ja, an Händen auch noch hier. Ähm, ja, ist ein guter Tipp. Also, das gefällt mir gut, wie er das gerade, wie er rappt. So, das gefällt mir sehr gut, sehr gefühlvoll auch irgendwie, ne? Ja. Ketten, glänzen, Eidos, das ist mehr als King sein oder Rich, Rich, New Chapter auf Bounce von Jake. Ketten am mein Hals, Ketten um mein Hals, Fesseln am Gelenk, Bitch, mein Herz ist kalt, kaum von Zeit, du Geist. Das ist, wo ich bleib, bis Unendlichkeit, wegen eurem Scheiß. Schläf aus meinem Körper, alles läuft im Kreis. Wir sind alle anders, wir sind alle gleich, wiederholt. See, der hat die gleiche Kette wie ich. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, ähm, gut. Finde ich gut. Auch nicht so gleich, also er macht so unterschiedliche Sachen. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Für immer, wir sind alle gleich, bis jetzt endlich peilt, dieser Nami-Style. Das ist Oshia Itachi mit Levels. Eure G-Solid, man meint, die wär Metal, nur ich kann mich krein. Nehberhut, founded in Tokyo, gegründet aus dem Fernsehen in Tokio. Nehberhut. Neh-Boah. Neh-Boah, ja. Kann mich krein, ich reset und reset, du schreib tot. Tod meines Egos bedroht auf den Zettel. Immer den Traum von einer besseren Welt. Will Impact und Power, nicht nur für mich selbst. Will Autos und Eis und will Fortune und Geld. Aber mach halt kein Stupid Shit, weil es sich hält. Ketten, an meinem Hals, die glänzen. L-O-A lässt sie danzen. Das gefällt mir, die Ketten sind ganz schön schwer. Ketten, an meinem Hals, die glänzen. L-O-A lässt sie danzen. Ketten, die Fesseln, an Händen. Ich dampf mit meinen Babes auf deinem Kopf, als wären Trauben drin. Du bist zum Buzzy, frag mich, was dein Glaube bringt. Bücher lernen Formeln für Menschen, für besseres. Überleichen für'n SLS, mit deinem SLS. Junge, shit, lächerlich, sorg für das Hattori Hanzo. Mein Messer wird fett. Hattori Hanzo, das war ja Kill Bill. Kill Bill, genau. Das war so ein Hattori Hansen-Schwert. Ich glaub, die ist dann, Yuma Furman ist dann, ähm, zudem nochmal nach Japan oder so, Tokio irgendwie. Und hat sich so ein Hattori Hansen-Schwert irgendwie geholt. So, bekommen. Ja, der gute Gianni Suavi hat da gar nicht so viele Aufrufe. Premiere 29.10. hat jetzt auch das rausgehauen und, ähm, unterstützt das mal. Ich find das echt geil, also was der macht. Wirklich. Ähm, vielversprechend. Absolut, ja. Also das Beste, was ich heute gehört hab, ich hab jetzt einiges gemacht. Was hab ich gemacht? Kaspar. Und was war das andere? Seht ihr? Schon raus aus dem Gehirn. Aber das, ähm... Ja, so Hobani, genau. Ja, aber so insgesamt fand ich das jetzt hier bis jetzt, äh, am interessantesten. Bei so Hobani war noch sowas mit der Gitarre und so, das hat mir auch gut gefallen. Aber das... So, jetzt läuft... Okay. Bo, bo, boi, boi. So. Das ist immer witzig, das Teil hier. Das ist die Antenne nach oben. Und ich krieg immer Befehle. Ich hör immer Stimmen und da reden die dann mit mir, so. So, Mario, jetzt langsam frühstücken. Und, ähm, ja, so läuft es. Ja, fand ich gut, hat mir gut gefallen, ähm... Ich werd den auf jeden Fall im, ähm, im Auge behalten, irgendwie. Ähm, ich hoffe, dass ich so... Weil der Name ist nicht so eingängig. Also Antoni Nie, wenn der was Neues raus hat und nicht übersehe, das kannst du mich gern drauf aufmerksam machen. Gell? Okay. Also, hey, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und haltet durch. Und, ähm, ja, bis dahin. Tschüss.